Zur Zeit fallen sehr viele unserer Schwimmstunden aus, was für mich als bekennenden Nichtschwimmer ja doch ein Problem ist. Deswegen heute eine Ganzkörperübung. Wir legen uns auf einen Stapelpolster oder einen Hocker und beginnen zu schwimmen. Übrigens, der Ironman in Tell am See ist 1,9 Kilometer. Die Schnellsten schaffen es in 20 Minuten. Also, weiter geht's!